heiho und willkommen zurück meine lieben rollenspiel und dann schon freunde zu legend of grimbock ja wie ihr vielleicht gemerkt habt ist mir bei der letzten aufnahme session beim speichern das spiel abgestürzt das werden welche jetzt hier mal nachträglich speichern und das geht sogar und dann machen wir einfach weiter das war jetzt ein bisschen ärgerlich aber ist halb so wild so wir wollen noch mal zum eingang zurück weil dort war noch ein einsturz dieser die einstürze einfach markieren so bin ich richtig ja hier muss ich durch hier war das wasser nein hier geht es nicht lang hier geht es lang genau da ist der zweite blaue kristall da ist immer noch die grube über die ich nicht rüberkomme ja durch das ding muss ich wieder durch das war jetzt falsch so das war richtig da kommt nur der fallen dran vorbei oder die gefallen besser gesagt ich glaube das hatte hier aufgemacht ja hier muss ich lang hier war der rock schock so hier komme ich hier rüber was stand hier was stand hier und ich könnte einfach jetzt neu laden um mir den rückweg zu ersparen gut das war eigentlich auch wieder nur der weg nach draußen das war eigentlich immer wieder hier rüber gut einmal wieder hier rüber nicht hier lagen sondern hier lang gut gut wir sind hier wieder durch da war die untoten krypten da wollen wir wieder da ist die eisentüre die wir auch nicht aufgekriegt haben bis jetzt ja richtiger weg bin ich froh dass ich eine karte habe da hatten wir den oka getötet deswegen ist das brutal ganz aufgegangen ich würde es runter gehen ich will aber ja hier drüben hört man doch spinnen ich möchte aber erst mal hier save machen und neues licht an machen wenn das schon am ausgehen ist so jetzt bin ich wieder unten auf der neuen ebene so dem raum waren wir schon in dem raum können wir nur runter fallen in dem raum können wir auch runter fallen oder könnten da ein spinngebiet das erste was ich mache jetzt den raum mal zu das steht hier keep gate receptors clear of fuel material to maintain am arcadia command security schleim 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 blauer schleim ok blauer schleim auch hinter uns ist eine säule im weg auch und blauer schleim der vergiftet ok ich weiß nicht mal wie sich das gift hier auswirkt jetzt ist normale feile geworden jetzt wo sie in dem stecken geblieben sind und die beiden vorne haben hunger book of light and dark magic book of stuff defense magic sagt was das in bücher wo wir unsere zauberseiten reinpacken können das wäre jetzt praktisch feuer luft eis erde licht und dunkelheit und dings und ja gibt ihr mal das antiven bitte so book of earth magic book of earth magic sapling earth spell budding earth spell, flowering earth spell, serving earth spells und flourishing earth spells so das sind unter kategorien können wir die irgendwie aus machen was für naja gut können wir anhand unserer das geld punkte die wir dafür brauchen die wir dafür brauchen ich sortiere die mal nach da vorne die bücher so earth magic sapling budding flowering serving sapling earth magic hm haben wir da was oh du bist doch ein speck kraft ich nehme mal an du bist adept spell kraft deswegen packe ich dich mal hier rein so earth magic erst mal eher magic du bist einfache eher magic du bist irgendein scroll du bist als earth magic und zwar alles ziemlich adepten mäßig so jetzt haben wir hier schon mal ordnung ah knochen biest horn und biestschädel und das zeug packen wir mal da rein den gürtel können wir uns reinpacken weil der selber container ist dafür können wir das hier reinpacken so da ist bei ihm schon mal ordnung so bei ihr dasselbe spiel erst mal feuer was haben wir denn das ist auf jeden fall eins auf feuer das ist ein feuer und das ist auch feuer burst packen wir den auch mal dazu rein eis das ist ein billiger eis zauber auch und du bist bessere feuer magie dich können wir nämlich noch gar nicht enchant fire arrow das wäre praktisch für sie hier eis es darf die fans darf die fans euch beide gebe ich bei hier rein und darf die fans du du da rein und du da rein so eine notiz achtung vorratsdivision das soll wahrscheinlich kanzel heißen also stundiert alle offenstehenden anforderungen also shipping orders also bestellungen eigentlich wir haben keine zeit zu verlieren erz magie tieril hat begonnen die unteren gebiete zu versiegeln alle amerikanien zivilisten wurden evakuiert werden evakuiert weiterhin sammelt alle ärzte ein die noch übrig geblieben sind es ist schwierig sie in so kurzer zeit zu zerstören der teleporter raum wäre ein guter anfang naja achte ich schon wieder so einer hallo die sonst ist der ausgang ja ok so können wir den schleim ein bisschen verarschen das war leider daneben das wird getroffen so schleim ist weg nicht vergiftet dieses mal ich habe dahinter was gesehen hinter der seite ach so nur eine fackel haltung oh mortal pestle das kommt gut die kann ich nicht einreißen das ist aber ein zauberbuch was ich gerne hätte ja mortal pestle ist was für dich jetzt können wir nämlich tränke brauchen brauchen wir dazu wasser nein einfach das ganz gewöhnliche was wir sonst auch überwachen ok kriegt ihr davon gruppe jeder mal erst mal den heiltrank und leere flaschen zu ihm der braucht dringend noch den sack für ja ein bisschen essen haben wir noch sehe ich gerade aber nicht mehr viel und ich sehe da liegt auch noch was das hat es jetzt schon mal nicht gebracht erkenne ich hier irgendwie ein muster ja wahrscheinlich die beiden bei den zahlrädern hoch sie wird gefunden eine schriftrolle anti venom potion ist eine cave nettle und eine flasche und healing potion ist das ja das kennen wir ja alles das 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 das